Hi, Review Hi, Review Maltz, herzlich willkommen beim Rap Review Videomagazin und einem neuen On-Tour-Vlog Wie an dem Tag, den ihr jetzt gleich sehen werdet, waren wir ja vorher quasi im Moviepark Germany Aber eigentlich waren wir davor in Drayton Manor in England und sind von da aus nach Nottingham gefahren zu Goose Fair Eine riesige Kirmes, auf der ich sechs Achterbahnen fahren konnte Mehr oder weniger Achterbahnen Und auf der, glaube ich, gefühlt oder sogar wirklich acht Scheibenwächer standen Ich bin aber auch drei Geisterbahnen gefahren Auf dieser Kirmes stehen auch zwei Riesenräder, zwei Starflyer Und hast du nicht gesehen, viel erzählen tue ich da leider nicht, weil es dann auch sehr laut war Und weil ich überwiegend dann leider irgendwo zwischendurch mit der GoPro filmen musste Weil es halt, wir waren in England, was soll es da, genau geregnet hat die ganze Zeit Und das nicht ein bisschen, sondern schon ziemlich stark Und das wollte ich der großen Kamerad nicht anfangen, ich hatte auch keinen Bock, die einzutüten Alles ein bisschen chaotisch Aber ich glaube, alles was sehr kurios ist, seht ihr auch selbst im Video Und ansonsten ab und zu erzähle ich schon ein bisschen was Und wir können eventuell mal noch ein ausführliches Video machen Aber wer hinter mir seht, ist das momentan absolut nicht möglich Das habt ihr eventuell auf dem Kanal auch schon gemerkt Dass mal ein Tag einfach nur ein On-Ride kommt Das geht halt leider momentan nicht anders Aber viel Spaß mit diesem Video aus England von der Kirmes Die echt ziemlich geil war und mich ziemlich überrascht hat Wo ich nicht gedacht habe, dass sie so groß ist Wir waren einmal in der Nähe von Leumann auf der Kirmes Das war echt kacke, das jetzt war richtig cool Und ja, schreibt eure Meinung dazu einfach mal in die Kommentare Und zu dem, was ihr da so seht, ich bin mal sehr gespannt Viel Spaß Für euch ist das glaube ich nur weiß, wir sind da angekommen Das hat mal wieder ewig gedauert Alter, das ist riesengroß hier Wir wissen nur noch nicht, wie wird Scheiße, alles ist voll Nebel hier Wie geil Wir wissen nur noch nicht, wo wir uns am besten hinstellen können Weil jetzt parkplatzmäßig war das jetzt gerade erstmal so optimal So, wir sind jetzt auf der Kirmes Ich versuche euch noch ein paar, wozu was zu erzählen Wenn irgendwas Besonderes ist Es wird aber laut Und vielleicht machen wir, wenn ihr Bock habt, nochmal ein separates Video Und ich wusste, dass hier zwei Achterbahnen stehen Direkt beim Draufkommen Hier ist die Dritte Wooh-hooh-hooh Wooh-hooh-hooh-hooh-hooh-hooh-hooh-hooh-hooh-hooh-hooh-hooh-hooh-hooh-hooh-hooh-hooh-hooh-hooh-hooh-hooh-hooh-hooh-hooh-hooh-hooh-hooh-hooh-hooh-hooh-hooh-hooh-hooh-hooh-hooh-hooh-hooh-hooh-hooh-hooh-hooh-hooh-hooh-hooh-hooh-hooh-hooh-hooh-hooh-hooh-hooh-hooh-hooh-hooh-hooh-hooh-hooh-hooh-hooh-hooh-hooh-hooh-hooh-hooh-hooh-hooh-hooh-hooh-hooh-hooh-hooh-hooh-hooh-hooh Das war's für heute. Kinder-Tiger Breit mit Schaumparty! Kinder-Tiger Breitart Kinder-Tiger Breitart WDR mediagroup GmbH im Auftrag des WDR Das war's, das war's, das war's. gute Oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott. Oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott. Oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott. Oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott. 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 Ja, das ist so schön. Das war's für heute. Hier ist alles zweimal am Start. Zwei Riesenräder, zwei Starflyer, zwei Propeller, zwei Scrambler, zwei Jumper, zwei Spinningmäuse. Doppelte Lötzchen heute oder was? Aber der hat auch doppelt so viel Schaum wie der andere. Das ist doch die dritte Rutsche. Was ist das für eine Ausstellungsfläche hier von so Fahrgeschäften? Der hat eine Seifenlasenmaschine, der ist nicht so asozial. Er wird doch einfach mit dem Expander da dran geknallt und fertig. Was ist das? Das war's für heute. Der Runaway train came down the track and she blew. Der Runaway train came down the track and she blew. The engineers said the train was holiday blew. The engineers said the train was holiday blew. The engineers came down and they won't fight. Bist the Runaway train was on. Oh no! The Runaway train. Sie sitzt doch da drinnen, ey. Was kommt der Spaß hier? Was kommt der Video bis zur結endstationer aus der Bekateysstabque Wacht, 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 gend' ich увер feet feet zu Wacht которые Frances hat mich gemmelt. P corriute sparte andonna, Wom율 ein festeres Gap와 mois, w Bouh wand vient, Wir sehen uns beim nächsten Mal. Musik Musik Okay, hands on in Hands on in Shake the menu movie Everybody come, we've got thumbs up Are you ready Here来来 Let's go Fly Fancy Fly 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 Alter, immer das Ferne. 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 Okay, gut, 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 gut. Okay, gut, gut, gut. Okay, gut, 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 gut. Okay, gut, 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 gut. Okay, gut, 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 gut. Okay, gut, 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 gut. Okay, gut, gut, gut. Oh, God! 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 Oh, oh, oh! Ich bin so ein, was ich bin so ein, was ich bin so ein, was ich bin so ein. Das ist nicht belgisch, das ist dauerhaft. So, ich weiß nicht, ob ihr uns seht, wir sind jetzt auf dem Parkplatz. Wir haben noch eine Stunde ziehen bis morgen zum nächsten Ziel und machen jetzt hier Siesta. Ihr habt es ja jetzt irgendwie mitbekommen, seid gestern 4 Uhr unterwegs. Wir haben jetzt 10 Uhr, 11 Uhr, also gestern Morgen 4 Uhr bis heute Abend 11 Uhr, das ist echt lang und eine Stunde eben hier auf dem Parkplatz gepennt, dann eine Stunde im Schiff da gepennt und eine halbe Stunde auf dem Parkplatz beim Moviepark kurz auf dem Sitz genickert. Ich bin die Katze. Feierabend. Tschüss.